das heißt so witzig ist die scuff wäschte die habe ich auch hier daheim bei mir ohne witzig die gleiche die ich auch hier habe bist du ein scuff get to the chopper okay ich bin hinter euch nein nein ich bin wieder da hier ich kriegs kotzen aber dann können wir jetzt gleich die hier rechts und hier habe ich mit schockern rein oder was schlatt munition ausgerüstet slatt munition dann war man halt weg die flutig schwind und ihrem bewacht den eingang schüsse ja noch nichts aber irgendwas ich weiß nicht was es war aber irgendwas ja so habe ich ja auch gedacht aber ich hab's richtung es vor 98 so jetzt haben wir da mal hin vielleicht waschen die da auch hin links von uns ja jetzt geht es überall ab da lassen wir die mal kurz ein bisschen abfischen also die sollen sich selber abfischen aber vielleicht den wagen öffnen wenn da vorne ja ich bleib mal richtung truck guckend aber da ist offen da kann ich nicht eine tasche dass wir kommen her morfinen bandage er packt immer schnell ich glaube die kommen daher wo wir gekommen sind auch eine batterie ist gelootet machen wir das ding wieder zu wenn es geht ja dass die wissen dass wir hier gewesen sind es tut es auf vorne was aufs lampe dazu nach links rechts kuku kuku ja ich bin immer noch in dem checkpoint naja die versuchen die erst 98 zu holen definitiv ja obwohl stürmer noch am checkpoint achtei in einem gebäude drin wo seid ihr du siehst uns dann wenn ihr gebäude rausläuft circa zehn grad links hier ist noch mal ein schlüssel fuck aber das kommt näher ja sehr nahe von dem sv 98 dort oder was immer näher kommend ein paar meter vor uns ist es ich habe den marki was ich habe die marki ja man ist schon gesagt das gibt es nicht aber jetzt lass dich aufpassen ja man alter zum glück habe ich das natürlich sucht man die gear war da und wurde belohnt jörg wo bist du ich habe den marki ja was war da noch mal für den kranken raum bei customs wo die kranken waffen drin sind ok ok perfekt alle wenn wir den farben alle dann jörg wo bist du der ist nur noch an der selben stelle ok ist ja ok wir gehen jetzt zum lampejahr und holen staffs weg alles klar deswegen sind wir noch da oder nein wir sind da wegen dem marki ja man ey ich fasse es nicht alter du bist echt ein lager das ist echt zornig alter ich gehe mal ganz links in das gebäude direkt vor uns oder läuft einer läuft einer ich glaube das ist ein spieler ich weiß es nicht wo da nach rechts vorne geradeaus rechts sitzt ja da und liegt 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 lebt noch das ist tot 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 hat er euch verwischt ich habe das feuer auf mich gelenkt gehabt das war perfektes ding alter wer looted hat keiner bocker aber jörg ist gleich dabei jörg rennt schon wieder ok der hat in der ak sogar mit scope jungen nice man all the fuck warte kurz nachladen ja wir haben keinen zeitstress markt key k with strange symbols scratched on it also ich bin echt so ein schwein alt ich kann es gar nicht so wertschätzen ich habe so vor dem weiben factory key gefunden und direkt nach dem weib auch wieder eingefunden jetzt den markt möchte ich dann so den gruppen ich habe einen gesehen der glaube ich 20.000 dollar für einen factory key geboten also der war links sind das gebäude ich sicher kann es schon an dem oder ja ja da noch bei dir nun gehen wir links am fahrzeug rennt einer lach links zwei spieler equipped zwei von dem truck links weg wo seid ihr ja das ist immer noch da ja das ist die abfahrung von hinten wo sind die richtung dem checkpoint die waren auf jeden fall klick hinter euch safe spieler ja die laufen da mit waffen haben und die gucken nach hinten ja die gucken nach hinten nicht zu uns ja genau ich habe einen gesehen wenn die da looten oder so einfach direkt meine granate in einem auto ich weiß es kann sein dass er uns nicht gesehen hat der steht an den bäumen ich gehe links weg auch mit links auto ist offen hinten wo ist der andere ich werfe eine granate ab ein nein hat sich hingelegt ich sehe die füße hab ihn hab ihn ein einer kniet doch in einem auto liegt jetzt liegt am auto liegt zwischen den reifen jetzt nicht sicher nicht sicher er ist aufgestanden er ist aufgestanden er ist immer noch da er muss total am auf sein schieß auf die beine ich habe das feuer auf mich gelenkt am gebäude jetzt muss nachladen es könnte hin und gebäude sein ja warte ich schmeiße eine granate ja granate pflegt ja achtung jörg ach die war scheiße ja nein der hat mich im stomach erwischt ich habe mir das zeug schnell wir haben jetzt hier viel lang gemacht der eine hat armor der was am warm liegt ich gehe vor von links von hinten seid ihr dran bin dran ja ok nimm du die armor uwe die hier ja wir müssen jetzt schnell raus krank sks und alter ok nice ja hier ist immer ja dann lass hier links runter zum fluss und dann gleich ich muss nachswetter ich muss mich kurz bisschen erholen wir laufen schon wieder irgendwie auseinander wir müssen jetzt nicht direkt zum fluss wir können in richtung einfach von dem wald gehen wo die mauer ist wo der exit ist hat jemand von euch noch was zu trinken dabei im fall der fall hier scaf hab ihn chris lootest du den noch ja der hat einen rucksack dabei da ist jetzt wieder das holzhäusle muss langsam laufen keine kondition oder was da vorne ist die wand da müsste dann direkt das exit sein exit ist auch noch weiter vorne an so einem SUV ja der exit bereich da ist ziemlich groß ja da ist der SUV muss man gleich da sein ja ich lege ich hier den baum hin holy shit was für ein run ja die haben sich jetzt auch einen arsch gebissen alter ja man die haben wir gut auseinandergenommen der eine konnte gar nichts mehr machen der war ja voll auf nur Sperrfeuer ja man alter fuck jawoll level 19 motherfucker 11 bis 30 level level players tier 2 stück ein bär ein büse das habe ich nie gefunden B330 das cover für AK74